Wenn man Aktionäre fragt, die vor allem in den letzten Jahren aktiv auf dem Markt waren und vor allem vielleicht auch in den letzten Jahren erst neu auf den Aktienmarkt gekommen sind, welche Aktien sie hassen oder bei welchen sie das meiste Geld verloren haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zumindest einer dieser drei Namen fällt. CD Projekt, C-Limited oder die Xiaomi-Aktie. Und gleichzeitig besteht jetzt bei diesen drei Aktien wieder enormer Informationsbedarf oder zumindest spürt man wieder, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle Gier hervorkommt. Das liegt unter anderem auch daran, dass alle drei Aktien ihren Tiefspunkt schon vor einiger Zeit hinter sich gelassen haben und jetzt mittlerweile wieder 80, 90 oder 100 Prozent höher stehen als noch zu ihrem Tiefpunkt und gleichzeitig wieder bei der einen oder anderen Aktie sehr viel Fantasie reinkommt. Die Frage ist, ist das Ganze begründet oder müsste man sich hier eher wieder so ein bisschen Gefahrenbewusstsein einjagen, sich selber? Das schauen wir uns ein bisschen in diesem Video an und ich möchte vor allem auch da auf den Aspekt eingehen, wo tatsächlich jetzt bei diesen Aktien ein bisschen Risiko besteht, aber wo auch tatsächlich Chancen bestehen. Ich selber bin auch teilweise in diese Aktien investiert. Wer wissen will, wie genau, schaut sich am besten das letzte Depot-Update-Video an oder schaut einfach grundsätzlich mal in mein Depot. Das ist ja auch komplett offengelegt über Parkett. Bevor wir mit der ersten Aktie starten, nochmal der wichtige Hinweis. Erster Link unter dem Video. Wer es bisher noch nicht getan hat, sichert euch auf jeden Fall 25 Euro Startguthaben beim Finanz.net Zero Broker, den Broker, den ich auch selber benutze und auf jeden Fall auch weiterempfehlen kann. Meiner Ansicht nach einer der besten Broker hier im deutschsprachigen Raum und ich bin nicht der Einzige, der das hier so findet. Okay, blicken wir zunächst einmal direkt jetzt auf die erste Aktie und wir starten einfach mal mit der C-Limited. Ja, wir starten, wir schauen jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf den Kursverlauf und wir sehen, dass die C-Limited vor einiger Zeit auf jeden Fall so ein Highflyer war, bis es zu einer Crash-Aktie geworden ist. Ich selber bin eingestiegen Ende 2020, so in etwa in diesem Bereich und habe dann eine sehr lange Zeit diese sehr gute Strecke mitgenommen und dann ist die Aktie aber gecrasht. Das hatte mehrere Gründe. Was man aber gleichzeitig jetzt zumindest hier aus dem Aktienkursverlauf sehen kann, ist, wenn man sich zum Beispiel auch hier den Weekly-Chart anschaut, man hat deutlich jetzt tatsächlich mal die Tiefstpunkte hinter sich gelassen und eines der größeren Widerstandszonen lag hier um 35,60 Euro. Auch hier mal jetzt übrigens ein ganz kleiner Hinweis, ja, wieso man hier oder wieso ich auch teilweise die Chart-Technik verwende. Ich hatte ja schon vor vieler oder vor langer, langer Zeit meinen Post hier gepostet, nämlich C hohe Chance bei hohem Risiko. Das war im Oktober 2022 und damals, wer es hier nicht sehen kann, das sind genau die gleichen Linien, also bei 35,60 Euro beispielsweise, wo ich sehr starke Widerstandszonen ausgemacht habe. Und jetzt sieht man auch, wenn man mal wirklich eine sehr lange Zeit später schaut, dann ist es genau diese Widerstandszone gewesen bei 35,60 Euro, was sich dann als tatsächlicher Widerstand geäußert hat. Und jetzt muss man hier dazu sagen, ich bin jetzt hier kein, wie sagt man, Chart-Esoteriker, aber es hat schon manchmal Sinn, auch ein bisschen auf den Chart zu schauen und grundsätzlich mal auch ein paar Ableitungen daraus zu treffen. Das mache ich persönlich vor allem immer kurzfristige Natur im Sinne von, ich entscheide kurzfristig, liegt jetzt aktuell eine gute Gelegenheit da, um eine Aktie zu kaufen oder nicht. Ich entscheide aber nicht allein aufgrund der Chart-Technik. Grundsätzlich ist immer eine Fundamentalanalyse notwendig und der Einstieg, ob ich jetzt einsteige oder erst ein bisschen später, das kann man dann vielleicht auch aus der Chart-Technik sich ableiten, vor allem, wenn man wirklich in mehreren Traschen kauft. Jetzt hier aber bezogen auf die C-Limited, bietet sich ein Einstieg hier an. Schauen wir uns gleich an. Die Frage ist hier vor allem auf fundamentaler Natur, also langfristig die langfristige Perspektive. Und hier muss ich schon sagen, das Bild, was ich hier auch ein bisschen gezeichnet habe, hohe Chance bei hohem Risiko, trifft gewissermaßen auch jetzt noch weiterhin zu. Das größte Problem, was die C-Limited hat und langfristig auch haben wird, wir können uns hier mal kurz ein paar Quartalszahlen oder die letzten Quartalszahlen anschauen, die nächsten stehen jetzt direkt vor der Tür. Da muss man sagen, eine der größten Herausforderungen wird es tatsächlich sein, sich mit einem sehr starken Konkurrenzumfeld in den sehr kritischen Märkten, das ist für die C-Limited vor allem Indonesien, dort vor allem auch in den nächsten Monaten durchzusetzen. Worauf will ich hier hinaus? Nun, grundsätzlich ist es so, dass die C-Limited ein sehr aufstrebendes Unternehmen ist und in drei Bereichen aktiv ist, die ebenfalls eine sehr hohe Wachstumsrate verzeichnen. Kurz gesagt, die C-Limited operiert im südostasiatischen Markt, also überwiegend, ja man ist auch teilweise in Brasilien noch aktiv, aber ich sage mal, der Hauptmarkt ist Südostasien und dort vor allem Indonesien. Jetzt ist es so, dass dieser Markt an sich ein sehr starker Wachstumsmarkt ist und gleichzeitig ist man jetzt von der C-Limited ebenfalls noch mal drei weiteren Wachstumsmärkten aktiv innerhalb dieses geografischen Wachstumsmarktes, nämlich im Bereich des E-Commerce, da hat man hier Shopee vor allem, dann im Bereich Gaming und Digital Entertainment, da ist man vor allem bekannt durch Free Fire in diesen Emerging Markets, ein Game, das dort sehr, sehr beliebt ist und sehr stark ist. Und drittens im Bereich C-Money, das heißt der ganze Bereich Fintech, Konten, Kredite, alle drei Bereiche, die jetzt auch in diesem, ich sage mal, südostasiatischen Markt eine sehr aufstrebende oder sehr aufstrebende Segmente sind und dort vor allem auch wirklich viele Personen zum Beispiel auch aus dem Finanzsicht oder Finanzbereich deutlich unterentwickelt oder unterversorgt sind. Das heißt, vielen fehlt noch Kreditkarten, Konten, digitaler Zahlungsverkehr im Allgemeinen, aber gleichzeitig ist auch dort das Wachstum im E-Commerce sehr, sehr stark. Also im Endeffekt ist hier die C-Limited in einem Hyper-Grow-Markt aktiv und das hat ja eine Weile schon durchaus funktioniert, ja bis hierher im Endeffekt. Jetzt muss man dazu sagen, diese Hyper-Grow-Märkte ziehen auch verstärkt Konkurrenz an, sehr, sehr starke Konkurrenz, vor allem im Namen von TikTok. Hier ist es auch vielleicht ein Gedanke, der jetzt wirklich auch für die C-Limited sehr relevant wird für die nächsten Monate. TikTok hat hier, oder TikTok ist vor allem bekannt als ein Bereich, nämlich wenn man irgendwelche Kurzvideos, also Shortvideos sich anschaut und da hat sich jetzt vor allem in Südostasien schon seit einigen Verteilen gezeigt, dass man mit diesen Shortvideos sehr, sehr gut auch die Kunden zum Kauf animieren kann. Also das ist vor allem bei uns jetzt noch weniger als in Südostasien, der Fall, wo in Südostasien tatsächlich man irgendwie vielleicht auch auf TikTok-Shop sozusagen früher aktiv war, bevor das Ganze von der indonesischen Regierung ein bisschen verboten wurde, aber darauf gehen wir gleich nochmal kurz ein. Da sind die Leute wirklich einfach nur praktisch durchgeswiped und haben dann gleichzeitig in diesen sehr kurzen Videos dann praktisch direkt aufs Produkt klicken können und sind dann direkt über den E-Commerce konnten sie diese Dinge kaufen. Also noch viel, viel stärker als bei uns funktioniert dort das Marketing und der E-Commerce tatsächlich über Livestreams oder sehr kurze Videos und so hat man dann auch versucht von Seiten TikTok sich auf diesen Märkten zu etablieren und war auch extrem stark. Das heißt, man ist in diesem Moment tatsächlich auf den Markt getreten und hat hier einiges durcheinander gewirbelt. Zum Glück für die C-Limited war es so, dass dieser sehr große Erfolg von TikTok-Shop auch dazu geführt hat, dass die indonesische Regierung gesagt hat, hey, überflutet uns jetzt mit Billig-China-Ware und unsere Händler und Hersteller vor Ort werden jetzt aus dem Markt gedrängt. Deswegen, TikTok, das dürft ihr weiter nicht mehr so durchführen und hat dann kurzerhand TikTok-Shop verboten. Jetzt hat sich hier TikTok zusammen mit Tokopedia, einem oder der größte Konkurrent zu Shopee, zusammengeschlossen und die bilden jetzt tatsächlich einen der wichtigsten oder den wichtigsten Konkurrenten ab. Wenn man sich mal den letzten Earnings Call angeschaut hat von der C-Limited, dann zielen auch richtigerweise die Analysten genau auf diese Fragestellung hinaus, wie sieht es aus im Konkurrenzumfeld, vor allem jetzt auch im ersten Quartal. Da kommt dann als Antwort, ja, wir können trotzdem weiterhin wachsen. Wir hatten einige Vorteile, dass jetzt hier TikTok verboten wurde, aber wir sehen uns weiterhin in einem Wachstumsmodus. Und meiner Ansicht nach ist das eines der größten Risiken, die jetzt tatsächlich die C-Limited vor allem auch in den nächsten Quartalen haben wird. Also das nächste Quartal, was jetzt hier berichtet wird, ist das Q1. Dort war diese Konkurrenzsituation so noch nicht gegeben. Dann, ihr könnt hier lesen, etwa so Anfang April haben Tokopedia und TikTok tatsächlich ihre Fusion mehr oder weniger oder ihre Kooperation abgeschlossen. Und ab jetzt gilt im Endeffekt, ab dem zweiten Quartal, drittes Quartal, würde ich jetzt ganz persönlich noch abwarten, um zu sehen, ob die C-Limited tatsächlich gegen diesen neuen großen Konkurrenten als Kombination von Tokopedia und TikTok sich tatsächlich behaupten kann. Denn würde man verdrängt werden vom indonesischen Markt, wäre das für die C-Limited ein extrem, extrem schlechtes Zeichen. Jetzt muss man dazu sagen, die C-Limited hat noch ein bisschen Munition. Also die haben jetzt insgesamt eine sehr gesunde Bilanz, auch an sich. Das heißt, man hat hier auch in den letzten Quartalen schön Cash aufbauen können. Also Cash im Sinne von tatsächlich flüssiges Cash. Und was die C-Limited hier auch noch mal als Cash bezeichnet sind, sind kurz- und mittelfristige Investitionen, irgendwelche Anleihen beispielsweise. Aber hier muss man schon sagen, man hat schon genug Pulver, um zur Not auch weiterhin Investitionen zu tätigen. Diese Investitionen erfolgten vor allem in den letzten Quartalen, um so ein bisschen Besonderheit auch im Marktumfeld zu erreichen. Also im Endeffekt so Key-Selling-Points für einen selber. War vor allem auch diese ganze Logistik, die man jetzt auch viel stärker, in die man viel stärker investiert hat und die jetzt auch teilweise Früchte trägt. Dennoch ist es so, dass die C-Limited jetzt auch insgesamt mit der aktuellen Bewertung nach diesem sehr starken Run, also hier im Weekly-Chart sieht man das jetzt noch nicht so stark, aber hier im Daily-Chart ist die Aktie vom Tiefstpunkt bis jetzt um knapp wieder 80-90% gestiegen. Und das hat jetzt auch mit der Bewertung dann folgendes Bild, dass wir hier eben in der Aktienbewertung nicht mehr so mega attraktiv sind. Das heißt, im aktuellen Umfeld würde ich eher sagen, tatsächlich ist das Risiko hier ein bisschen immer noch relativ hoch, aber die Chance ist schon ein Stück weit zurückgekommen und hier überwiegt zumindest relativ kurzfristig, solange die nächsten zwei Quartale noch nicht abgeschlossen sind und man nicht sagen kann, ob tatsächlich die C-Limited sehr stark weiter wachsen kann, sehr profitabel weiter wachsen kann, ist eher hier, überwiegt meiner Ansicht nach so ein bisschen das Risiko. Und ich wäre bei der C-Limited zumindest im Moment ein bisschen vorsichtig, um wieder in diesen Mega-Hype-Modus reinzukommen. Ich selber habe noch ein paar C-Aktien bei mir im Depot, die lasse ich aber auch weiterhin liegen und fasse im Moment nicht an. Ich kaufe im Moment aber auch nicht weiter nach. Für mich ist eben ganz wichtig zu sehen, wie wird die C-Limited sich mit dieser extrem starken Konkurrenz die nächsten zwei Quartale schlagen und da wird es eben wirklich sehr, sehr viel davon abhängen. Wenn die C-Limited tatsächlich wieder in den Wachstumsmodus kommt und diesen weiterhin sehr hoch halten kann, profitabel halten kann, dann spricht auch viel dafür, dass wir auch in anderen Segmenten hier durchaus auch ein Turnaround sehen könnten, wenn wir hier vor allem den Bereich auch Free Fire Digital Entertainment anschauen. Das war ja so der Punkt, diese Cashflow-Maschine, die ja auch ebenfalls in einen Rückzugsmodus geraten sind, dass viele Gamer eben nicht mehr Geld ausgegeben haben für dieses Spiel und das hat sich jetzt wieder stabilisiert. Das heißt, hier können wir auch wieder bewertungstechnisch mit stabilen Cashflows rechnen und gleichzeitig ist es eben auch so, dass hier aus dem E-Commerce-Bereich seht ihr hier sehr schöne Wachstumszahlen, vor allem im letzten Quartal. Aber wie gesagt, Vorsicht, weil TikTok Tokopedia noch nicht als Konkurrent so auf dem Markt war, hat man hier gesehen, dass man wachsen kann und hier ebenfalls in eine Netto-Profitabilität vielleicht gegen Jahresende kommen könnte oder zumindest grundsätzlich auch einen positiven Cashflow generieren kann. Deswegen hier Augen auf in den nächsten Quartalen, wie schlägt sich hier vor allem der Shopee, also der E-Commerce-Bereich, gegenüber der neuen Konkurrenz. Da werde ich vor allem ganz, ganz arg drauf blicken. Als nächste Aktie, die ebenfalls so ein bisschen, ich sage mal, Crash-Aktie ist, ist CD Projekt. Auch da gab es vor, ich sage mal, viel Drama vor einigen Jahren, vor einigen Quartalen, also im Endeffekt den Peak irgendwann Ende 2020 erreicht. Dann kam ja das ganze Desaster mit Cyberpunk und der Aktienkurs ist danach deutlich abgerauscht. Vom Peak bis nach unten um 80 Prozent, das ist schon einiges. Also wer das Glück hatte, tatsächlich im maximalen Peak oder ich sage mal, das Pech hatte, im maximalen Peak zu kaufen, der ist jetzt aber trotzdem immer noch mit knapp 70%. 70% miese im Depot, falls er die Aktie bis heute gehalten hat. Gleichzeitig ist es jetzt aber so, spüre ich auch bei mir langsam von den Anfragen her, steigt insgesamt das Interesse, die CD Projekt Aktie wieder so ein bisschen zu analysieren oder ein Feedback zu geben. Stellenweise waren wir bei 120%, jetzt nur noch bei 70% vom Tiefpunkt entfernt. Und die Frage ist, lohnt sich jetzt ein Kauf oder nicht? Wo bestehen hier Risiken? Grundsätzlich ist es so, dass viele, die mich ansprechen, vor allem die Idee haben, okay, der Tiefpunkt müsste durch sein. Vermutlich lag er hier irgendwo im Jahr 2022. Das Studio hat sich ja die letzte Zeit sehr stark entwickelt und stabilisiert in der Hinsicht. Und jetzt kann man doch so langsam investieren, vor allem wenn man die nächsten Projekte im Blick hat. Mit den nächsten Projekten sind dann gemeint hier vor allem, wenn man hier mal auf diese Long-Term-Product-Outlook mal drauf schaut, das nächste Witcher-Game, das nächste Cyberpunk-Game und eine neue IP. Und ganz interessant ist hierbei, wenn man mal auf die Historie auch von CD Projekt eingeht, dann war das so, dass man wirklich sehr, sehr viele Jahre ein einziges Projekt entwickelt hat, das auf den Markt gebracht hat. Und es war erfolgreich, relativ erfolgreich, bis auf Cyberpunk. Ich sage mal, also Cyberpunk war auch jetzt erfolgreich von IP her, nur hatte man noch viel mehr Vorstellungen. Auf jeden Fall hat es immer sehr lange gedauert, bis man tatsächlich ein Spiel entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat. Eines der größten Selling-Points für die CD Projekt-Aktie heute ist die Aussage, dass man mehrere Projekte in sehr kurzen Zeitabständen nacheinander veröffentlichen wird können oder zumindest das Ganze im Ziel hat. Angefangen oder anfangen würde es wahrscheinlich mit der nächsten Witcher-Reihe oder mit dem nächsten Witcher-Titel, Witcher 4, sage ich jetzt einfach mal, dass vielleicht manche munkeln und manche möchten vielleicht auch darauf hin spekulieren, dass es vielleicht nächstes Jahr kommt. Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich, darauf kommen wir kurz zu sprechen. Auf jeden Fall, der Punkt, der nächste Witcher-Titel steht vor der Haustür und dann soll es ja dann praktisch in sehr kurzen Abläufen oder sehr kurzen Zeitreihen kurz danach dann nochmal einen Witcher-Titel geben. Man will dann praktisch den nächsten Titel nur noch drei Jahre nach dem letzten Release veröffentlichen. Zwischendrin gibt es vielleicht noch ein paar DLCs. Dann wird ja gleichzeitig Cyberpunk, der nächste Cyberpunk-Titel veröffentlicht und dadurch dann vielleicht auch nochmal noch mehr Cashflow generiert, noch mehr Umsatz generiert. Gleichzeitig sollen alle Titel ja zukünftig auch mit Multiplayer-Modus ausgestattet werden, was gleichzeitig nochmal bedeutet, nicht nur den Verkauf von vielleicht dem Titel selber, sondern vielleicht auch im Online-Modus. GTA macht es ja vor. Und dann kommt ja kurz darauf nochmal eine neue IP. Also das ist dieses Idealbild, dass man sagt, die Schlagzahl wird erhöht. Und aus diesem Projektentwickler, der einfach nur alle paar Jahre mal einen Titel vorbringt, da können wir mal hier drauf schauen, können wir hier sehen, vom Umsatz her schwarzer Balken, kommt was im Jahr 2020, dann ewig nichts mehr, bis dann irgendwann im Jahr 2026 und das ist dann der nächste Witcher-Titel von den Analysten her. 2026 dann der nächste Witcher-Titel kommt und man investiert dann praktisch oder man hält die Aktie viele Jahre lang, ohne von diesem Cashflow leben zu können und wartet dann praktisch auf den nächsten Einschlag. Das ist so grundsätzlich die Idee, wie sie die Project bisher hantiert hat. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was ändert sich an der Aktienbewertung, wenn das fundamental sich ändert. Also wir nicht mehr irgendwie alle fünf bis sechs Jahre diesen großen Umsatz-Spike sehen, sondern wir im Jahr 2026 einen Spike sehen, im Jahr 2028, 2030 oder jedes Jahr, weil dann jedes Jahr ein neuer Titel kommt, dann würde das natürlich fundamental die Bewertung der Aktie hier auch deutlich verändern. Also ihr könnt ja hier sehen, 2026 hätten wir jetzt aktuell eine Cashflow-Rendite auf den heutigen Aktienkurs bezogen von 14%. Wenn danach, sage ich mal 2027, der Titel sich weiterhin genauso verkauft, und das ist durchaus möglich, wenn das Ganze hier, weil wenn man sich hier mal auf die Umsatzentwicklung anschaut, sich die Umsatzentwicklung anschaut, dann ist es durchaus so, dass ein erfolgreicher Titel 2026, vor allem hier die Analysten rechnen eher in der zweiten Jahreshälfte mit dem Release, dann nochmal genau den gleichen Umsatz, nochmal genau die gleiche Rendite im nächsten Jahr hervorruft. Das heißt, 2027 wir dann ebenfalls nochmal 13% Cashflow-Rendite sehen. Und wenn dann nochmal zwei Jahre später dann nächstes Cyberpunk-Titel kommt, dann kann man sich schon ein bisschen ein Bild ausmalen, ohne jetzt sehr stark jetzt zum Beispiel diesen Cashflow abzudiskontieren oder hochzurechnen, jetzt bis ins Jahr 2035, merkt man schon, dass auch die aktuelle Bewertung dann durchaus attraktiv ist. Und man will jetzt vielleicht auch, das ist so ein bisschen der Selling Point, oder auch die Personen, die an mich herantreten, sagen dann, ja, ich kann ja jetzt investieren. Da bin ich ja noch früh dran. Aber gleichzeitig ist ja schon abzusehen, dass dann in einigen Jahren der nächste Witcher-Titel, nächster Cyberpunk-Titel, die neue IP kommt. Und dann wird das Schlag auf Schlag kommen. Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wird dann vielleicht ein neuer Release kommen. Und dann, dann würde sich doch eine Investition heute rechnen. Wenn man das so sieht, definitiv. Also, wenn ich heute wüsste, dass es genau so eintritt von 2026 bis 2030, dann haben wir definitiv vermutlich einen starken Bullenrun auch voraus in den nächsten Jahren. Die Frage ist aber nur, oder die Frage darauf bezogen ist, sind wir uns sicher, dass er so eintritt? Wir können ja mal grundsätzlich mal drauf schauen. Und viele, ich sag mal, CD Projekt hat sehr viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Und jetzt agiert man oder gibt man wieder sehr bullische Signale für die nächsten Jahre hinaus. Also, wenn man sich tatsächlich mal hier das Ganze hier anschaut. Neue Witcher-Triologie. Und diese Triologie soll ja innerhalb von sehr kurzer Zeit, innerhalb von fünf, sechs Jahren, dann nacheinander drei Titel hervorbringen. Ein neues Cyberpunk und eine neue IP. Aber wie will man, ganz ehrlich, wie will man das Ganze bewerkstelligen, bewerkstelligen, wenn man vor allem aus Cyberpunk gelernt haben will? Ich traue dem Braten, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so. Und ich glaube, und ich würde eher damit rechnen und eher ein bisschen konservativer rechnen, dass ich nicht sagen würde, dass genau das so eintreffen wird, wie sich das ganze CD Projekt jetzt hier vor allem ausmalt. Ja, ich weiß, der Wechsel auf die Unreal Engine hat skalierungsmäßig Vorteile. Aber auch ein Wechsel, muss man dazu sagen, braucht sehr viel neue Erfahrungen, die erst gesammelt werden müssen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier die Titelveröffentlichung Ende 2026, und wir rechnen ja noch nicht mal mit 2025, aber in der zweiten Jahreshälfte 2026 schon sehr sportlich angepeilt ist. Und ich würde eher tatsächlich mit dem nächsten Witcher 2027 vielleicht rechnen, also erst in drei Jahren. Das halte ich eher tatsächlich für eher realistisch. Vor allem, wenn man tatsächlich, wie CD Projekt anmerkt, vor allem den Fokus auf Qualität legen möchte. Qualität braucht seine Zeit. Und ja, CD Projekt hat einige Mitarbeiter, und davon arbeiten jetzt auch die meisten an Project Polaris, also im Endeffekt den nächsten Witcher-Titel. Aber, ja, ich würde hier vor allem bei diesen großen Projekten immer ein bisschen konservativer rangehen. Und im Moment halte ich es eher unwahrscheinlich, dass tatsächlich das Ganze so eintritt, wie CD Projekt sich zumindest das Ganze auf dem Papier ausgedacht hat. Weil wir gleichzeitig sagen müssen, wenn sich jetzt dieser Titel verschiebt, ja, oder ein bisschen mehr Zeit braucht, vor allem, wenn man hier genau mit diesem Titel eben sehr viel Vertrauen zurückgewinnen muss, müsste man eher darauf setzen, dass dieser Titel auch sehr hohe Qualität hat. Bedeutet auch, wenn er sich verschiebt, würden sich alle anderen Titel ebenfalls verschieben. Und wenn man hier mal schaut, ja, Project Stage, also wie weit ist man in der Entwicklung, dann ist man hier in der Pre-Production. Hier, Sirius, ist glaube ich jetzt auch eher die Frage, ob man hier in der Pre-Production ist. Man, soweit ich weiß, hatte man die Information, stellenweise, dass man hier wieder das Ganze auf Null resetten muss, und komplett neu vielleicht in die Konzeptionierung reingehen musste. Auf jeden Fall steckt sich hier die Frage, ob das tatsächlich so ist. Also hier Pre-Production, nächstes Cyberpunk-Konzept, hier IP-Konzept-Phase. Also man ist bei ganz vielen Punkten noch sehr, sehr früh in der Entwicklung. Und tatsächlich stellt sich eher die Frage, ob es bei CD Projekt nicht einen besseren Zeitpunkt geben würde, nämlich eine Investition, eine Investition, das ist jetzt mein Gedankengang, eine Investition, nachdem das nächste Projekt veröffentlicht wird. Wieso? Nun, jetzt kann es sein, dass es natürlich einen Bullenrun gibt. Aber von der Risiko- und Chancengewichtung finde ich es eher so attraktiv, dass wenn sich jetzt CD Projekt mit dem nächsten Projekt beweist, ja, und das Ding kommt irgendwann 20, 26, 20, 27 auf den Markt und ist sehr erfolgreich, dann hat man gleichzeitig mehrere Risiken schon beseitigt. Das erste Risiko ist die Umstellung auf die Unreal Engine, ja, die hat man dann erfolgreich gemeistert, wenn es sich herausstellt, dass die Qualität stimmt, ja, dann hat sich das gemeistert, ist das erledigt. Zweitens ist dann auch, ich sag mal, etabliert, diese neue Entwicklungsphasen etabliert und gleichzeitig stellt sich dann auch die Möglichkeit wieder dar, jetzt tatsächlich in kürzeren Abständen die neuen Titel zu veröffentlichen. Und ich glaube eher, dass ich daraus dann eher eine noch nicht volle Bepreisung vereinbaren würde, wenn dann praktisch der erste Titel rauskommt, aber der gesamte Markt noch nicht eingepreist hat, dass sich die Konzeptionierung oder die Bewertung von CD Projekt eigentlich fundamental ändern müsste, wenn danach tatsächlich wirklich in sehr kurzer Schlagzahl die nächsten Projekte rauskommen. Also für mich klingt im Moment das Ganze noch ein bisschen nach sehr optimistischen Schätzungen für die nächsten Jahre für die CD Projekt Aktie. Klar, mit der aktuellen Bewertung, wenn man jetzt langsam ein bisschen anfängt zu kaufen und sonst sehr überzeugt ist, ja, dann ist die aktuelle Bewertung jetzt tatsächlich, wenn das so eintritt, wie CD Projekt selber sagt, dann ist die Bewertung schon durchaus attraktiv, das muss man sagen. Auf der anderen Seite würde ich eher sehen, dass im Moment auch hier vielleicht kurzfristig das Risiko überwindet. Vor allem, wenn wir hier mal auf den Aktienkursverlauf blicken, dann ist klar, hier ist schon mal zu sehen, dieser Abwärtstrend, zumindest jetzt dieser Abwärtstrend, ja, es gibt noch ein paar andere, aber der scheint jetzt hier auch gebrochen mit der letzten Woche und wir befinden uns hier an einem schönen Punkt, wo es noch weiter heraufgehen kann, durchaus dynamisch, wenn, ja, wenn die nächsten Quartalszahlen vielleicht die in ein paar Wochen anstehen, wenn die auch ebenfalls gut sind. Gleichzeitig muss ich hier aber eben sagen, dass hier relativ kurzfristig gesehen die Aktie schon überkauft ist. Also idealerweise würde das Ganze eher so laufen und dann würde man hier sich an der Zone noch mal, ich sag mal, ein bisschen was gönnen wollen oder können, wenn man will, wenn man eben auch sehr langfristig denkt und dann wäre hier vielleicht noch mal in dieser Konsolidierungszone noch mal eine Möglichkeit da. Insgesamt muss ich eben aber hier sagen, ich würde jetzt definitiv nicht all in gehen und ich würde jetzt auch nicht versuchen, den Hype vielleicht, der sich langsam wieder aufbaut, hier hinterher zu rennen. Wir sind auch sehr weit weg von diesem Hype von vor einigen Jahren und wenn man sehr früh dran ist mit einem kleinen Depotanteil, dann kann es sich durchaus lohnen, aber für mich wäre tatsächlich jetzt für die CD Projekt Aktie von der Risiko-Chancen-Gewichtung eher ein anderer Zeitpunkt, ich sag mal, attraktiver, nämlich der Zeitpunkt, in dem sie ihr nächstes Projekt tatsächlich mal bewiesen haben und dann vielleicht der Markt aber noch nicht ganz die Folgejahre eingepreist hat. Dann wäre es für mich ein sehr attraktiver Bereich vielleicht, aber wenn es soweit ist, gebe ich euch auf jeden Fall mal ein Update. Als letztes schauen wir uns jetzt noch mal die Xiaomi Aktie an und auch hier Xiaomi Aktie Hyperflyer irgendwann im Jahr 2020, 2021. Wenn man hier auch geht vom Peak bis ins Minimum, fast wie CD Projekt, aber nur fast, ja. Nochmal ebenfalls 77% ins Minus, aber auch hier seit dem Low hat sich das Ganze hier ebenfalls sehr positiv abgezeichnet. Wir stehen hier 131%. Jetzt stellt sich hier auch die Frage, ist die Aktie jetzt ein Kauf oder wo bestehen hier so ein bisschen ein paar Gefahren? Hier muss ich jetzt dazu sagen, von diesen drei Aktien, die ich gerade genannt habe, habe ich das Gefühl, dass die Xiaomi Aktie den größten Hype wieder bekommt. Das sieht man auch im Aktienkurs, also vor allem hier jetzt auch die letzten Wochen. Das liegt auch an einer neuen Produktveröffentlichung und ich muss euch wahrscheinlich auch nicht sagen, welche Produktveröffentlichung hier. Der SU7, jetzt von Xiaomi. Xiaomi ist erfolgreich auf den E-Markt, E-Automobilmarkt eingetreten und da stellt sich die Frage, ist dieser Hype tatsächlich hier fundamental praktisch zu begründen und wie sieht das gleichzeitig mit der Aktienbewertung aus? Kurzzeitig, also wirklich nur ganz, ganz kurzzeitig jetzt mir auf den Aktienchart bezogen, würde ich hier eine kleine Red Flag geben. Also grundsätzlich ist hier ein negativer Trend, ist auf jeden Fall gebrochen. Wir sind eher wieder in einem positiven Trend, aber bezogen auf den sehr kurzfristigen Blick sieht es für mich eher so aus, dass wir hier in einer Hype-Phase sind, die auf jeden Fall ein bisschen Abkühlung braucht. Wieso? Nun, wir sind sowohl im Weekly Chart deutlich überkauft, als auch im Daily Chart deutlich überkauft und das kann natürlich noch ein bisschen weitergehen. Also wenn ich hier mal blicke, die nächsten Quartalszahlen stehen auch demnächst an und wenn die gut sind, was man so ein bisschen oder halt grundsätzlich auch die Informationen sehr gut sind, die man dann vielleicht von diesem Earnings Call bekommt, dann kann es schon durchaus noch einen Tick höher gehen. Aber für mich zeichnet es sich hier eher ab, dass wenn die Quartalszahlen wirklich sehr gut sein sollten, erfahrungsgemäß in sehr überkauften Bereichen, sehr starker Hype, sehr gute Quartalszahlen, dann gibt es einen Peak und dann dreht die Aktie vermutlich relativ schnell, aber wie gesagt, Chart-Esoterik, ja, dann könnt ihr die Aktie relativ schnell wieder drehen und dann vielleicht in einer, ja, ich sag mal so ein bisschen, in so einen Korrekturmodus kommen und dort dann wieder eher sich so eine Basis aufbauen. Ziel wäre eher dann wieder diese Zone, wo man sich so ein bisschen dann überlegen könnte, hier wieder ein bisschen einzukaufen. Das ist jetzt noch kein großer Abschlag, und das sind jetzt irgendwie vielleicht 12%. Trotzdem würde ich jetzt zumindest sehr kurzfristig nicht unbedingt noch mehr in diesen Hype jetzt reinkaufen, sondern ganz persönlich würde ich tatsächlich, wenn ich Interesse hätte, diese Aktie mir ins Depot zu holen oder aufzustocken, würde ich hier eher wieder so eine kleine Beruhigung abwarten. Wieso ist hier so ein Hype hochgekommen oder wieso ist dieser Hype sehr stark in der Aktie drin? Ich meine, wir haben ja alle gewusst, dass Xiaomi auf dem E-Markt oder E-Automobilmarkt auftreten wird. Es hat eine Weile gedauert, auch wenn das der Zeitraum nicht sehr lange war. Muss man schon sagen, dass Xiaomi es geschafft hat, in sehr kurzer Zeit sein ganzes Projekt auf die Beine zu bringen und jetzt auch erfolgreich Autos ausliefert. Wieso kommt oder wieso steigt dann der Aktienkurs so stark? Nun, das liegt damit zusammen, dass die Autos von Xiaomi sich recht gut verkaufen. Also ich meine, Lei Jun im Endeffekt hat selber gesagt, hey, die Wartelisten sind sehr lang. Also wenn ihr euch jetzt irgendwie ein Auto holen wollt und ihr könnt nicht auf Xiaomi oder auf den SU7 warten, dann keine Ahnung. Geht zu Chopin, also Xpeng, holt euch dort ein Konkurrenzmodell oder sowas. Also wenn tatsächlich jetzt mal der Eigentümer und CEO sagt, ja, Kunden, wir können euch nicht alle beliefern. Wenn ihr nicht warten wollt, dann geht zur Konkurrenz und kauft dort was. Dann ist es auch schon aussagekräftig. Und natürlich weiß Lei Jun dann auch, dass mit solchen Aussagen entsprechend der Hype noch mal ein bisschen weiter aufgeheizt wird. Interessant ist hier vor allem aber aus Aktionärs Sicht ein anderer Punkt, nämlich die Investitionen, die Xiaomi jetzt auch tätigen musste die letzten Jahre. Und da gab es ja auch ein paar Strategiewechsel. Die Investitionen, die man aber tätigen musste, die waren schon, ja, ich sag mal, sehr, sehr intensiv und sehr stark. Haben auch sehr viel Cashflow gefressen und man musste schon einiges an Geld investieren. Also könnt ihr auch hier sehen, Operating Cashflow die letzten Jahre deutlich unterdrückt, 21, 22. Und jetzt zeichnet sich hier gegebenenfalls eben ein Trendwechsel ab. Das heißt, als Aktionär hat man jetzt darauf gewartet, wird dieses Projekt, dieses sehr große Projekt für Xiaomi, wird das etwas oder nicht? Und wenn es nichts geworden wäre, dann hätte man eben sehr viel Cashflow investiert, was einen nicht zurückbringt. Und gleichzeitig hätte natürlich dann auch Xiaomi von der Aktienbewertung her relativ schlecht ausgeschaut, ich sag mal unterm Strich, weil natürlich dann auch dieses ganze Wachstum, diese ganze Wachstumsfantasie für Xiaomi vor allem eben jetzt aus diesem E-Mobilitätsmarkt kommt. Und jetzt zeichnet sich eben ab, hey, die Investitionen, die tragen sich ja. Und die Investitionen sind tatsächlich erfolgreich, vor allem, weil jetzt auch hier damit gerechnet wird, dass Xiaomi oder die Nachfrage nach den Xiaomi-Fahrzeugen deutlich größer ist, als der Xiaomi selber eingeplant hat oder eben auch der Markt eingeplant hat. Und jetzt kann man damit rechnen, dass zum einen die Profitabilität für Xiaomi früher kommen wird vielleicht, also die Investitionen sich relativ schnell wieder tragen und man hier vielleicht auch in einen Profit-Margin-Bereich von 5 bis 10 Prozent kommt bei den Fahrzeugen. Also noch nicht mega viel, noch nicht auf Tesla-Niveau, aber positiv, das wär's doch schon mal. Und gleichzeitig, wenn man hier auch mal, ich sag mal, zum HAC, ja, als Testbericht rüber guckt, also ich habe selber auch Xiaomi-Produkte auch, ich bin aber das Fahrzeug nicht selber gefahren, deswegen hier so ein bisschen als Testbericht. Wenn man so ein bisschen mal durchliest, dann zielt genau Xiaomi wahrscheinlich auf genau das gleiche Segment ab, wie auch in den letzten Jahren. Premium zu einem guten Preis, also Preis-Leistungs-Sieger in diesem Sinne. Man hat ja vor einiger Zeit auch einen Strategiewechsel durchgemacht bei seinen Smartphones und der war meiner Ansicht nach goldrichtig. Man ist ja weggegangen von diesem Billig-Image vor einigen Jahren, dass von Xiaomi noch dieses sehr Billig-Image dann im Endeffekt hatte und ist deutlich übergegangen in den Bereich, Premium. So, also hier vor allem im Bereich, hier oben sind wir, im Bereich der Marktanteile, im Premium-Bereich ist vor allem China, ist vor allem Xiaomi im chinesischen Markt deutlich gewachsen, aber auch international hat man sich viel stärker auch auf den Bereich Premium eingeschossen und konnte dadurch auch tatsächlich stärker wachsen. Wieso ist das relevant? Nun, der Bereich Premium ist vor allem in der Hinsicht relevant, wenn man Cross-Selling betreiben will, mit E-Fahrzeugen, denn jemand, der wirklich nur das Billig-Image hat, ein E-Fahrzeug wird dann schon schwieriger. Aber so ein Preis-Leistungssieger zu sein im E-Bereich, das funktioniert schon deutlich besser. Deswegen war der Strategiewechsel im Smartphone-Bereich in Kombination mit der Einführung eines E-Automobils ich sag mal Gold wert. Und das zeichnet sich jetzt auch ab, ich habe vor einigen Jahren mal in einer Analyse auch gesagt, als es um das E-Fahrzeug ging, habe ich gesagt, Xiaomi wird meiner Ansicht nach das Ganze erfolgreich etablieren können, weil sie schon international sich eben als Preis-Leistungssieger etabliert haben. Und sie haben einen großen Vorteil gegenüber allen anderen oder den meisten anderen E-Fahrzeug-Herstellern, die neu auf den Markt kommen. Und das heißt, dass sie als Marke schon etabliert und bekannt sind und gleichzeitig relativ schnell zu den bereits bestehenden Kunden ihre E-Fahrzeuge verkaufen können oder zumindest schmackhaft machen können. Also für mich ist das tatsächlich jetzt, kommt das nicht mega überraschend. Ich habe mich ja vor einiger Zeit komplett aus China-Aktien verabschiedet. Nicht, weil Xiaomi, ich irgendwie Xiaomi als Aktie schlecht fand, könnt ihr gerne in den alten Videos nachrechnen. Ich war eher immer bullisch eingestellt, oftmals zu bullisch. Dafür wurde ich kritisiert. Und nachdem ich mich grundsätzlich gegen China entschieden habe, habe ich natürlich aber Xiaomi weiter verfolgt. Also wenn ich eine Aktie kaufen könnte, aus China, und es wäre nur eine oder sagen wir mal drei, wären das genau wie in der Vergangenheit auch, Xiaomi, BYD und Alibaba. Aber das jetzt nun mal am Rande. Trotzdem muss man jetzt hier aus sehr kurzfristiger Sicht sagen, auch wenn hier langfristig, meiner Ansicht nach, durchaus noch Potenzial für Xiaomi herrscht, kurzfristig, wirklich mit einem sehr kurzfristigen Blick, ist die Bewertung kurzzeitig ein bisschen überreizt. Vor allem wissen wir nicht, ob die Produktionskapazitäten so schnell anziehen. Wir wissen auch noch nicht so stark, wie jetzt auch die ersten Testberichte zurückkommen. Ja, so ein erstes Fahrzeug auf den Markt bringen, ist immer schon auch technisch eine Herausforderung. Ja, vor allem auch Qualitätsaspekt. Man kann sich ja nur mal an Tesla zurückerinnern, vor einigen Jahren. Also die erste Serie ist immer, ich sag mal, schwierig auf meinen Qualitätsgesichtspunkten. Und da würde ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen abwarten, bis der erste Hype vorbei ist, wo man die ersten Testberichte sieht, bis dann auch vielleicht die Aktie tatsächlich mal aus diesem deutlich überkauften Bereich wieder in den Korrekturmodus schaltet. Und dann kann man sich wieder, durchaus meiner Ansicht nach, mit der Xiaomi-Aktie beschäftigen, vielleicht auch wieder ein bisschen ins Depot legen oder aufstocken. Also grundsätzlich langfristig bullisch. Kurzfristig würde ich jetzt vielleicht nicht in diesen kurzfristigen Hype reinkaufen, sondern ein bisschen abwarten. Also diese drei Crash-Aktien, die wir uns angeschaut haben, die jetzt schon gewissermaßen ein Comeback haben und vielleicht auch in Zukunft noch stärker ein Comeback haben könnten, kommen natürlich mit einzelnen Herausforderungen, die auch in nächster Zeit für diese Unternehmen definitiv anstehen. Ich würde aber diese Aktien durchaus weiterhin im Blick behalten. Also selbst wenn man nicht jetzt investieren will, denn gleichzeitig muss man sagen, alle drei Aktien haben schon gewissermaßen einen Grund gehabt, wieso sie zu den High-Flyer-Aktien gehört haben. Und auch wenn nicht alle Gründe zurückkommen, die auch 2020, 2021 vorlagen, sollte man vielleicht die Aktien trotzdem ein bisschen weiter verfolgen, denn es kann bei der einen oder anderen durchaus der Fall sein, dass dieser Hype, der vor einigen Jahren da war und die Gründe, die für diesen Hype vorlagen, dass die vielleicht den Weg zurückfinden. Und vielleicht, wenn man dabei sein will, sollte man zumindest die Aktien weiter verfolgen. Und am besten verfolgst du sie, indem du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du mich unterstützen willst oder dir selber was Gutes tun willst, dann auf jeden Fall dem ersten Link unter dem Video folgen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.